Muss ich mal überlegen, was kommt da noch rein? Da sind die Niederwarzen. Und, wie schaut's draußen aus? Wo? Was? Ist noch hell. Ah! Da ist ein Skelett vor der Haustür. Macht nix. Ähm. Verzauberung kommt noch rein, haben wir gesagt, gell? Magst du die Tinkers Construction, dieses, wo man in die Farmwelt kommt, auch runtergeben? Na, da machen wir ein eigenes Gebiet, weil da kommen auch die anderen Portale und so hin. Ja. Fett, das ist ja allein. Oh, ist jetzt schon der Finstaccode. Hm. Tja, meine Freunde, jetzt bin ich dann Grössus. Warum Grössus? Oh, weil ich da was dann mach gleich. Wie viele Bücherregale braucht man dafür? Für? Warte, ich weiß schon. Äh, wenn ich jetzt hier... Warte, ich will das ziemlich da nicht so knapp haben. So. So. Der Bücherregal. Der Bücherregal. Da, da, der Bücherregal. Das heißt, ich könnte eigentlich hier die Mauer schließen. Dann ist hier das der Verzauberungstisch. Ich sag da Bescheid, wenn der Mond bei der Hälfte ist, okay? Jo. So, da. Zack. Oh, hab ich kein Kobbelstol mehr. Nein, nicht gut. René, du kannst schon langsam kommen. Oder schnell kommen. Ich komme schon, Gernot. Und... Hast du irgendwo Fackeln auf dem großen Baum gegeben? Nein, warum? Na, da ist hell und ich weiß nicht, wieso. Okay. Hm, nicht komisch. Gleich ist soweit. Gleich ist soweit, na, da muss ich mich sputen. Ja. Gleich ist soweit. Der Mond ist schon wieder 10 Stunden weg, gell? Ich hole das Schwein einmal. Du schau, ob ich ein Quipper oder so. Ja. Komm mal auf da. Komm mal auf da. Komm mal auf da. Komm mal auf da. Du... Das Schwein ist ein Arschloch. Tihihi. Okay, so. Du schau, eh. Du schau, eh. Du schau, eh. Du schau, eh. Naja, ich schau schon, dass ein Quipper da ist. Sie gleich soweit. Wir lernen ja aus unseren Fehlern. Und... Puff. Wot, da legst du das Schwein auf. So, jetzt geht's wegen dem Schwein nicht, ne? Das guckt richtig aus. Sack. Das muss wirklich soweit sein. Sobald er in der Mieten steht, sagt Bescheid. Das dauert noch ein bisschen. Komm, bitte. Soll ich Schwein runterschlagen? Ja. Hehehe. Jetzt müsst's zwölf sein. Geht. Na, warte. Warte noch. Warte noch. Warte noch. Jetzt. Yeah! Tsssss. Wow! Ach so, ja, was du spawnen uns weiter. Aber ich will die Erde haben. Lock's einmal weg. Kommt, es könnt's mir nix anhaben. Es könnt's mir nix anhaben. Ich bin immun gegen euch. Den Gripper darf doch nicht exportieren, weil das ist Verschwendung von Erde. Und es darf nicht Tag werden. Sobald's Tag wird, verbrennt die Erde. Ja, passt schon an, oder was? Ja. Ein Birdie. Kümmer du dich um das und ich fahr ab. Ah, und ich kämpfe. Vorsicht, Creeper, Creeper, Creeper. Das ist aber Wahnsinn, oder? Oh. Wer da hinter mir hin? Wow, Creeper, Creeper hinter dir. Was ist denn da? Oh mein Gott! Hüt! Hüt! Oh mein Gott! Hallo, 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 hallo! Grüß Gott, grüß Gott! Grüß Gott, grüß Gott! Oh, Creeper, Creeper, Creeper! Was ist, wenn der Zaubertisch explodiert? Oder kann der nicht explodieren? Der kann nicht explodieren. Okay. Ich kann nicht die Erde abbauen, weil die Barsch-Lecher die ganze Zeit... Wie baut man die Erde ab? Mit Schaufall, oder was? Ja, aber nur mit Silke-Touch. Achso. Ja, ist ja wurscht. Im Prinzip brauchst du ja nur ein paar Erdblocken, weil die... die tut sie eh ein Dingsbumsen. Wow. Vervielfältigen, wie eine normale Erde, weißt? Hättest du das nicht weiter wegmachen können? Das Loch macht aber zu, alles zu, oder? Ist bald Tag. Soll ich schlafen gehen? Hilfe! What the fuck, Herr! Jesus! Quit! 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 Au! Quit! Ich habe so Angst! Was brauchst du Angst mit deiner Rüstung, Alter? Jetzt schnell und so bist mit der Stahlrüstung! Stell dir vor, wir hätten ein Dingsbums, eine normale Rüstung. Ich sag's dir. Naja. Lalalalalala, das Leben ist so schön. Wo bist denn du? Wo bist du? Wo ist der Creeper? Wo ist da? Diese Erde ist explosionssicher. Packen wir gerade auf. Hörst du kleines Kind? Wo saust du mich? Ich hab dich gleich. So schnell nach Hause. Oh jetzt brennt es. Mhm. Wie geil. Ich will den Keller bringen. Und das noch in die Kiste geben. So. Und was sagst? Jo. Lustig, lustig. So. Jetzt muss ich den Zaubertisch abbauen. Ja. Ach Gott. Jetzt sind so wieder keine Hacke. Ü-Bnerin eure Frage? Ah, ok. Ja. Ach, du solltest auch weg. So, da. Oh, da kommen wir ausse. Lasst mich raus! Was schämen? Ja, Aktivität. Juhu! Haben wir noch Holz? Magst du nicht mal die Baumfarmen machen? Wäre ich machen, versprochen. Bitte. So, weg damit. Hm, 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 hm. Ach so, das war Pummi-Pummi. Okay, erwischt. Hm. 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 Hm, hm. Pflanzen wir hier wunderschön ein, alles. Lalalala. So, schauen wir mal, ob das reicht. Das sollte das eigentlich reichen. Wenn wir noch ein paar Bücherregale machen. So, warte. Nehme ich den. Dann machen wir das gleich so. Zack. Und so. So. Zack. Kann man das mischen eigentlich? Sag bitte, ja, wir können es mischen. Ja. Das ist gut. So, habe ich noch 15 Bücher. Ein Holz. Was, das heißt. Ich brauche noch. So. Ein Stack. Nein, sonst. Ein Stack-In-Stack-Bretter-Mann. Was machen wir denn da? Nehme. So, warte mal. Wir können ja. Wir müssen sowieso. Für die Autobahn hier. Oder für die Strasse hier. Ja. Holz wegkloppen. Machen wir das gleich, oder? Zack, zack. Zack, zack. Hoffentlich ist das kein großer Baum. Na, passt. Na, was ist los? Warum rauckelt's? Rauckelt und zuckelt. Rauckelt.